Guten Tag. Guten Tag, bitte. Mein Name ist Lohmeier. Ich komme mit einer Bitte. Ich suche die Adresse eines Studenten-Ehepaars, das hier bei Ihnen belegt hat. Jochen und Christiane Benning. Ja, darf ich fragen, in welcher Angelegenheit es... Oh, Kriminalpolizei. Kein Grund zur Aufregung. Ich brauche das Ehepaar lediglich für eine Auskunft. Es handelt sich dabei um eine Sache, bei der die beiden mir eventuell behilflich sein könnten. Ja, gerne. Ich schaue gleich mal nach. Den Benning kenne ich, aber der ist nicht verheiratet. Hier ist die Karte. Jochen Benning, Herne, Westfalen, Bismarckstraße 6. Und die hiesige Adresse? Ja, die ist leider nicht eingetragen, wahrscheinlich vergessen worden. Aber vielleicht kann mein Freund Ihnen helfen. Der kennt die Bennings nämlich. Ernst, komm doch mal her. Herr Ulrich, mein Kommilitone, Herr Lohmeier von der Kriminalpolizei. Sie kennen die Bennings, Herr Ulrich? Ja, Jochen Benning, wenn Sie den meinen, aber der ist nicht verheiratet. Ach, aber da gibt es ja noch Christiane, auch Studentin und... Das ist eine Freundin, die hat ja auch belegt, Germanistik. Sie kennen Herrn Benning schon lange?